Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich liebe die deutsche Sprache. Sie hat mich geprägt, denn sie ist mehr als ein Instrument, sie ist Ausdruck unserer Kultur. Deutsch ist die Sprache der Philosophie, der Dichter, der Denker wegen ihrer Ausdruckskraft. Zeitgeist, Weltschmerz, Kindergarten oder Gemütlichkeit, das geht in keiner anderen Sprache. Ich liebe die deutsche Sprache, deshalb ärgere ich mich über Anglizismen und Wichtigtour, die ihre Reden mit Fremdwörtern spicken, die von Letter of Intense statt von Absichtserklärung, von Obsolet statt überflüssig sprechen. Ich sage Ihnen Point of Sale, Hydration Cream oder Facility Manager, das geht auch auf Deutsch und Alt und Jung würde es verstehen. Deshalb setzen sich die Mitglieder unserer Fraktion seit Jahren für die deutsche Sprache ein. Norbert Lamer wurde als Sprachwahrer des Jahres ausgezeichnet, übrigens auch Peter Ramsauer, der eine Deutschinitiative im Bundesverkehrsministerium auf den Weg brachte. Seitdem heißt es nicht mehr Travel Management, sondern Reisestelle. Die CDU Deutschlands hat sich mehrfach dafür ausgesprochen, die deutsche Sprache im Grundgesetz zu verankern. Meine Damen und Herren, auch auf der Tribüne, das fordert jetzt auch die AfD. Die Frage, warum nicht zustimmen? Es gibt rechtliche Gründe. Hierzu werden meine Kolleginnen und Kollegen etwas sagen. Mein Augenmerk liegt aber auf der Sprache. Unserer Fraktion geht es nämlich nicht um Deutschtümelei oder um Selbstdarstellung, sondern um die Sprache. Wir wissen erstens, sie muss gepflegt werden. Zweitens, sie muss verständlich sein. Drittens, sie soll verbinden und nicht trennen. Genau das unterscheidet uns von der AfD. Ihnen geht es um eines nicht, die deutsche Sprache. Beweisgefällig, ihr Antrag strotzt nur so von Fremdwörtern. Ich zitiere, deklaratorisch, Hauptkommunikationsmedium, Identifikation und, und, und. Brauchen Sie das wirklich oder wussten Sie es nicht besser? Dabei gibt es einen Redaktionsstab der Gesellschaft für deutsche Sprache beim Deutschen Bundestag. Die freundlichen Mitarbeiter hätten Ihnen auch gerne geholfen. Bei Ihrem Kauderwelsch wäre Hilfe sicherlich auch nötig gewesen. Das gilt übrigens auch in Sachen Verständlichkeit. Wer Bandwurmsätze liebt, kommt bei Ihnen voll auf die Kosten. Ich zitiere, die deutsche Sprache ist als das primäre Mittel zur Verständigung der Deutschen zugleich das Medium unserer sprachlichen Kultur, der sprachlichen Persönlichkeitsbildung und der individuellen wie gemeinschaftlichen Identifikation. Verstehen Sie eigentlich Ihre Sprachpanscherei? Mein Deutschlehrer hätte A wie Ausdruck hinter diesen Satz geschrieben. Gutes Deutsch weit gefehlt. Drittens, Sie haben zitiert, was in anderen Sprachen dargestellt wird. Schauen Sie mal in Ihren eigenen Internetauftritt. Da gibt es Ihr Grundsatzprogramm in russischer Sprache. Viertens, am schlimmsten ist aber Ihr eigentlicher Antrieb. Für uns in der Union ist Sprache etwas Verbindendes. Sie nutzen Sprache, um zu enthemmen, um auszugrenzen, um zu spalten. Frau Kollegin Connemann. Das beweist übrigens der Vorläufer zu diesem Antrag. Da steht keines der ach so schönen Worte über die Bedeutung unserer Sprache für Philosophie, für Kultur, Wissenschaft. Nein, der Kollege Brandner zeichnet in diesem Vorläufer vor allem ein Zerrbild über Migranten und das in schlechten Deutsch. Ich zitiere, spiegelbildlich zur gesellschaftlichen Segmentierung und Abkapselung der Migranten in ihren jeweiligen Milieus steigt die berechtigte Erwartungshaltung der deutschen Mehrheitsgesellschaft, die von Ihnen zu Recht erwarten kann, sich den landestypischen Regularien anzupassen. Frau Kollegin Connemann. Der Kollege Spangenberg würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Herzlich gerne. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie einfach den Lärmpegel so halten. dass die Rednerin auch die Frage verstehen kann, denn nur dann kann sie darauf antworten. Herr Kollege Spangenberg. Ja, ich wiederhole die Frage, Frau Kollegin. Geben Sie mir doch recht, dass wenn die AfD auch solche Fehler macht, dass dann es gerade wichtig ist, dass wir Deutsch ins Grundgesetz hineinnehmen. Ja, jetzt macht die Antrag natürlich Sinn. Ich verstehe das. Aber dann würde ich doch empfehlen, bevor Sie alles ins Grundgesetz schreiben, doch erst mal Deutsch zu lernen. Ich durfte ja gerade aus Ihrem Vorläuferantrag zitieren. In die Endfassung hat es diese Stielblüte übrigens nicht geschafft. Der Antrag ist weichgespült worden, um sich einen bürgerlichen Anstrich zu geben. Dankenswerterweise hatte Herr Kollege Brandner den ursprünglichen Antrag aber ins Netz gestellt. Sie hatten doch wohl nicht etwa einen Sinneswandel, wohl kaum, wenn ich mir Ihre sonstige Sprache vor Augen führe, von Volkskörpern bis Migrosoren. Auf gut Deutsch, Sie verschleiern Ihre eigentliche Absicht. Sie sind Wölfe im Schafspelz. Und deshalb lehnen wir Ihren Antrag ab. Applaus Nächster Redner ist der Kollege Mammut Özdemir, SPD-Fraktion.